Dieser Bericht wird Ihnen präsentiert von der Stevoda Steuerberatungsgesellschaft. Individuelle, zukunftsorientierte Beratung. Mein Name ist Markus Zertin, ich komme von der Regionet Wirtschaftsförderung in Bad Segeberg und werde euch heute erstmal nochmal kurz erklären, was ist eigentlich Regionet und was macht Regionet. Auf der Auftaktveranstaltung zum diesjährigen Kooperationsprojekt der Klasse der kaufmännischen Assistenten und der Regionet Wirtschaftsförderung wurden die gemeinsamen Projekte der Regionet Wirtschaftsförderung und des BBZ vorgestellt. Wie auch in den vergangenen Jahren gab es eine Zusammenarbeit zwischen dem BBZ und einem Akteur aus dem wahren Wirtschaftsleben, um eine konkrete praxisnahe Aufgabenstellung zu bearbeiten. Es handelt sich hierbei um eine Klasse der kaufmännischen Assistenten mit Schwerpunkt Fremdsprachen. Also neben Englisch bekommen sie auch Spanischunterricht und das ist eine Oberstufe. Das heißt sie wendet an, was sie in den letzten Monaten und anderthalb Jahren an Methoden kennengelernt haben und sollen das jetzt in einem ganz großen Projekt verarbeiten sozusagen, also Lern- und Arbeitstechnik anwenden. Ja, für die Klasse habe ich meine Aufgabe ausgesagt, die sich um den Bereich Einzelhandel dreht und war es mir selbst aufgefallen, dass ich im Internet nicht unbedingt alle Läden finde, die es in Bad Segeberg gibt. Und da kam ich auf die Idee, doch einfach mal untersuchen zu lassen, umfassend, wie es um die Online-Präsenz der Händler in Bad Segeberg, in der Innenstadt und auch in Wahlstedt bestellt ist. Und das ist eben eine Aufgabe, die die Schüler untersuchen sollen zum einen. Zum anderen geht es auch darum, die Kunden zu befragen, insbesondere auch jüngere Kunden. Also die Schüler unter sich sozusagen sollen sich auch befragen, wie es heutzutage mit dem Einkaufsverhalten aussieht, ob sie vermehrt im Internet einkaufen, was sie nun wirklich am Shoppen in der Innenstadt attraktiv finden. Und ja, letztlich werden die beiden Fragestellungen zusammengeführt und Handlungsempfehlungen sollen abgeleitet werden. Welche Ergebnisse oder Handlungsempfehlungen sich aus der Zusammenführung beider Fragestellungen Online-Präsenz der Händler versus Einkaufsverhalten der Kunden ergeben, sollen die Schüler dann Ende Januar 2016 präsentieren. Dieser Bericht wird Ihnen präsentiert von der Stevoda Steuerberatungsgesellschaft. Individuelle, zukunftsorientierte Beratung.